Die Princess aus England Gleich zweimal ungewohntes Terrain betritt bzw. beschwebt die Princess aus England. Knapp 7 Millionen Euro teuer und jetzt am Haken von Big Willie, einem der wohl bekanntesten Schiffshebekräne Deutschlands und wohl einer der altgedientesten. Trotz langjähriger Erfahrung kann Big Willie die Princess aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. 95 Tonnen wiegt sie. Ursache sind allerfeinste Möbel, die zwei MTU-Dieselmotoren und die auch sonst umfassende Ausstattung. Etwa die elektrohydraulische absenkbare Badeplattform oder die Beiboot-Garage. Zu bestaunen sein wird die Edeljacht ab dem 19. Januar für elf Tage in den Messehallen in Düsseldorf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017